Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der UFO-TV-Wochenschau. Heute mit folgenden Themen. UFO-Schwärme. Seltsame Drohnen über englischen Luftwaffenbasen. UFO-Invasion. Sichtungen häufen sich und eine seltsame Prophezeiung. UFO-Landung. Update zu den Breaking News von voriger Woche. UFO-Fotos. Die Geschichte der geleakten Geheimaufnahmen geht weiter. In Other News. Sol Foundation-Konferenz. Daniel Sheehan. Und mehr. Seit knapp zwei Wochen häufen sich wieder die Sichtungen von unbekannten Flugobjekten. Und zwar weltweit. Sogar die normale Presse ist darauf aufmerksam geworden und berichtet insbesondere über die anhaltenden Sichtungen von sogenannten Drohnen über Luftwaffenstützpunkten in England. Die Sache kurz zusammengefasst. Seit fast zwei Wochen kommt es zu Überflügen von sogenannten Drohnen oder auch UAVs, Unmanned Aerial Vehicles, also unbenannte fliegende Gefährte über Militärbasen in Südostengland. Jede Nacht. Genau genommen sind das allerdings keine englischen Militärbasen, sondern amerikanische Militärbasen in England. Das amerikanische Verteidigungsministerium, das englische Verteidigungsministerium und auch viele Medienberichte sprechen pauschal von Drohnen. Aber es gibt viele Punkte daran, die eigentlich dagegen sprechen. Hier ein paar davon. Private Hobbydrohnen sind eigentlich ausgeschlossen. Denn diese Stützpunkte sind alle Sperrgebiet, in denen Drohnen verboten sind. Hobbyflieger würden massive Probleme riskieren. Vor allem, wenn sie das jede Nacht veranstalten. Außerdem sind viele davon zu groß und halten sich laut Sichtungen mehrere Stunden in der Luft oder kommen von mehreren hundert Kilometern angeflogen. Das schaffen die Batterien von Hobbydrohnen garantiert nicht. Außerdem blinken sie praktisch nie, so wie handelsübliche Drohnen, sondern strahlen meist in einem gleichmäßig hellen Licht. Gegen feindliche Spionage spricht meiner Meinung nach aber vor allem, dass eben diese Dinger immer in voller Beleuchtung zu sehen sind. Welche Spionage-Drohne zeigt sich Nacht für Nacht deutlich und in aller Sichtbarkeit? Um zu sagen, hallo, hier bin ich. Zum Navigieren brauchen sie das Licht nicht. Dafür gibt es Radar und Infrarot. Und nur um ein Statement zu machen, hallo, wir sind die Russen, wir haben super coole Technik und können euch jederzeit ausspionieren. Dazu braucht es nicht wochenlange Überflüge jede Nacht. Offizielle Fotos oder Filme gibt es nicht, aber mittlerweile dutzende Aufnahmen von Bewohnern rundherum. Und es gibt alles Mögliche darauf zu sehen, von seltsamen Flugbewegungen über Lichter, die auftauchen und wieder verschwinden und wieder auftauchen, bis hin zu einer relativ klaren Aufnahme eines klassischen schwarzen Dreiecks mit Lichtpunkten an den Ecken. Auch Interaktionen mit Flugzeugen der Basis oder die verschiedenen Basen wurden beobachtet. Aber, wie schon zuvor in den USA, wurde kein einziges Objekt abgeschossen oder mit einem Drone-Buster mittels elektrischer Signale zum Landen gezwungen. Die Dinger machen offenbar, was sie wollen. Das Einzige, das bisher für Drohnen spricht, ist, dass einige Bewohner der Gegenden von Geräuschen berichten, die wie Quadcopter, also große Drohnen mit vier Rotoren klingen. Allerdings nicht immer. Viele von den beobachteten Objekten sind auch still. Es könnte also sein, dass sich auch normale Drohnen, von wem auch immer, in das Geschehen einmischen. Vielleicht sogar amerikanische Drohnen, also von den Besatzungen der Stützpunkte. Die versuchen, die anderen Eindringlinge zu erfassen und auszuspionieren. Natürlich müssen die seltsamen Sichtungen nicht zwangsläufig UAP im Sinne von UFOs und außerirdischen Gefährten sein. Aber sie sind eben seltsam. Und natürlich ist der Begriff Drohne missverständlich. Denn darunter versteht man sowohl kleine Leichtflugzeuge ohne Besatzung, sowie auch senkrecht startende Mini-Helikopter aus der Spielzeugabteilung. Die Vermutung liegt also nahe, dass die öffentliche Kommunikation hier absichtlich eine Nebelwand erzeugen möchte, um Fragen von vornherein abzublocken. Aber die Fragen, siehe oben, bleiben bestehen. Ich möchte hier nicht näher auf einzelne Vorgänge eingehen oder einzelne Videos oder Bilder zeigen. Das machen andere Kanäle zuhauf. Einige der Links zu dem Thema stelle ich in die Beschreibung. Unter anderem zum Kanal The Angry Astronaut, der sich generell mit Weltraumthemen und Raketen beschäftigt. Der Betreiber des Kanals, Jordan Wright, ist derzeit in England und hat selbst neben einer Basis gelauert und Dinge aufgenommen und gesehen. Und der kennt sich als langjähriger Raumfahrtsjournalist ziemlich gut damit aus, was da so alles im Himmel herumschwirrt. Eines an der ganzen Sache gibt auf jeden Fall zu denken. Die Überflüge passieren ausschließlich über amerikanischen Basen in England. Und zwar von solchen, von denen man hört, dass sie demnächst wieder mit Atomraketen bestückt werden sollen oder bereits wieder mit Atomraketen ausgerüstet wurden. Und wie wir seit Jahrzehnten wissen, neigen unsere Freunde von außerhalb dazu, sich über allem zu zeigen, das irgendwie mit Atomkraft und Atomwaffen zu tun hat. Was natürlich auch für Russen oder Chinesen sprechen könnte. Aber die Beschäftigung von unerklärlichen Flugobjekten mit Atomanlagen, ja, die geht halt schon Jahrzehnte zurück. Zu Zeiten, wo es die meiste Technik noch gar nicht gab, die wir heute eben als Luftballons, äh, pardon, Sumpfgas, äh, pardon, als Drohnen bezeichnen. Hand in Hand mit den Beobachtungen in England gehen mittlerweile auch weltweite Sichtungen. Die möchte ich jetzt hier auch nicht umfassend aufzählen oder näher auf ganz viele davon eingehen. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Egal wie gut die Videos sind. Es sind einfach nur Videos. Manchmal gibt es Kontext. Manchmal gibt es einen Ort und eine Zeit. Aber nichts davon ist wirklich leicht unabhängig nachprüfbar. Darum berichte ich auf meinem Kanal über so etwas auch de facto nie. Wenn ich über etwas berichte, dann nur, wenn es durch verschiedene Faktoren objektiv nachweisbar ist. Siehe dazu auch das nächste Thema. Nach diesem. Aber egal, was das alles im Detail nun ist, die Sichtungen häufen sich und zwar nicht nur in England und den USA, sondern auch etwa in Mexiko und wenn die Berichte stimmen, sogar über Moskau. Da gibt es Lichter, die in Washington aufgetaucht sind, die zuerst recht rasch weg erklärt wurden. Aber inzwischen gibt es Bilder davon aus mehreren Perspektiven, die die ersten Erklärungen in Frage stellen. Es gibt Lichter, die über einer Atomkraftanlage in Amerika aufgetaucht sind. Es gibt einen seltsamen durchscheinenden Orb, der eher aussieht wie ein fliegender Lampion oder eine Ikea-Deckenbeleuchtung und sehr, sehr eigenartig wirkt, fast schon ein bisschen überirdisch oder fähig. Aber das besondere daran ist, dass er von vielen verschiedenen Menschen aus verschiedenen Perspektiven gesehen und aufgenommen wurde. Schon eine Spur cooler, aber für mich auch nicht unbedingt nachvollziehbar. Unabhängig. Etwas mehr Gewicht hat für mich da der Bericht eines Polizisten aus den USA, der auf NewsNation eine Begegnung mit einer Art Plasmakugel schilderte, die später davonschoss und über einem See schwebte. In der Nähe gelang ihm keine Aufnahme, auch nicht von davonfliegen, sondern erst von einem Objekt in der Ferne, was natürlich weitaus unspektakulärer ist. Aber sein Bericht ist sehr glaubwürdig und er hat überhaupt nichts davon zu gewinnen, indem er dort auftritt. Die Kugel wurde übrigens auch von anderen Bewohnern der Gegend aus anderen Perspektiven gesehen. An der Sache wird noch geforscht. Die Sichtung ist allerdings schon zwei Jahre her, hat also mit der aktuellen Welle nichts zu tun. Aber es gibt wie gesagt weltweit Berichte, auch Meldungen aus Deutschland. Der sehr seriöse Kanal LP Indie hat in den letzten Tagen etwa auch Videos hochgeladen, die seltsame Leuchterscheinungen zeigen, die größtenteils von meteorologischen Webcams stammen und unter anderem seltsame Leuchtspuren am Himmel zeigen. Dieser Fall wurde allerdings bereits aufgeklärt. Es handelt sich um Ausläufer eines gerade an der Erde vorbeiziehenden Asteroiden. Aber wie gesagt, abgesehen davon, aktuell gibt es tatsächlich eine gigantische Anhäufung von Sichtungen und von neuen Videos. Könnte man natürlich auch einfach dadurch erklären, dass immer mehr Leute in den Himmel schauen, gerade aufgrund der Berichterstattung und diesen vielen YouTube Videos, dann dort irgendwelche Dinge sehen und aufnehmen, die vielleicht auch ganz harmlos sind und dann wiederum auf YouTube stellen und so weiter und so weiter und so weiter. Das verstärkt sich dann natürlich und lädt natürlich auch viele Fälsche ein, da mitzumischen. Aber es gibt doch viele ernsthaftere Fälle, wie etwa Berichte über eine große Sichtung in Arizona, bei der es sich vielleicht allerdings auch nur um Fahrzeuge auf einem Berg gehandelt haben könnte. Und erst gestern wurde bekannt, dass derzeit über New Jersey jede Nacht eine große Menge von sehr großen Drohnen auftaucht. Diese Drohnen schweben die ganze Nacht stationär und verschwinden erst wieder in der Früh. Das FBI untersucht die Sache bereits und unter anderem NBC hat berichtet. Es besteht daher natürlich die Möglichkeit, dass sich aufgrund dieser vielen Sichtungen tatsächlich irgendetwas zusammenbraut. Also, dass unsere Besucher sich tatsächlich häufiger zeigen und auch absichtlich filmen lassen. Das würde sogar einem Trend entsprechen und könnte darauf hinweisen, dass irgendetwas bevorsteht. Und hier kommen wir zu der seltsamen Internet-Prophetie. Ich werde sie jetzt nicht in allen Details schildern, denn im Prinzip halte ich sie für ziemlich absurd. Sie ist auch nicht in allen Punkten genau belegbar und es wurde im Laufe der Zeit immer wieder an ihr herumgedoktert. Ich verweise aber in der Beschreibung auf Leute, die das genauer analysieren. Ich fasse das Ganze hier nur sehr verkürzt zusammen. Also, bereits im Jahre 1997 entwickelte jemand namens Cliff High eine Art Webbot mit einem gewissen Maß an künstlicher Intelligenz, der das Internet auf alles Mögliche durchforsten sollte und aus diesen globalen Ansammlungen von Daten, Informationen und Voraussagen machen sollte. In erster Linie für Börsenkurse. Dabei sagte das Ding unter anderem aber angeblich bereits 2009 etwas Spektakuläres voraus. Erst nur in Ansätzen, aber später wurde es klarer definiert. Im Kern lautet die Aussage, dass Donald Trump zu Joe Rogan in dessen Podcast kommen würde. Rogan startete seinen Podcast erst 2009. War damals komplett winzig und hatte nur irgendwelche Kampfsportler und Comedians zu Gast. Eine zu der Zeit sehr seltsame Voraussage also. Wenn wahr. Der zweite Teil ist noch schräger. Angeblich sagte der Bot auch voraus, dass 39 Tage nach diesem Podcast ein Luftkampf von Alien-Raumschiffen am Himmel stattfinden würde. Eventuell auch mit Beteiligung von menschlichen Flugzeugen. Wie ein simples KI-Programm im Jahr 2009 auf so eine Aussage kommen soll, erschließt sich mir überhaupt nicht. Jedenfalls wäre das Datum genau jetzt. Dritter oder vierter Dezember. Also bitte Blick nach oben wenden in den nächsten Nächten und einen Aluhut aufsetzen. Ich halte ja generell nicht viel von genauen Prophezeiungen mit genauen Daten. Die treffen praktisch nie ein. Aber wer weiß. Angeblich haben auch Remote Viewer diese Voraussagen bestätigt. Und wenn das jetzt vielleicht auch seltsam klingt, in solchen Sachen vertraue ich Remote Viewern sogar noch eher als einem KI-Programm von 2009. Lassen wir uns also überraschen. Dass sich irgendetwas zusammenbraut, nun diesen Eindruck habe ich allerdings schon. Wenn auch eher auf politischer Ebene. Aber vielleicht gibt es ja Überschneidungen und beides passiert. Kongressgesetze, Alien-Luftkampf. Nächste Woche wissen wir mehr. Ende letzter Woche habe ich auf diesem Kanal ein Breaking-News-Video hochgestellt. Es ging darin um die angebliche Landung eines metallischen Orbs, also einer Kugel, auf dem Flughafen von Manchester. Näheres dazu, sowie alle Fotos und Videos in den Breaking-News, die ich in der Beschreibung verlinke. Hier nur die Kurzfassung. Ein anonymer Twitter-Account, der offenbar nur für diesen Zweck gegründet wurde, stellte mehrere Fotos und ein Video online. Die Geschichte dazu lautete, auf dem Flughafen von Manchester sei im Juni ein kugelförmiges Objekt vom Himmel heruntergekommen und auf dem Rollfeld gelandet. Das Ding sei dort eine Weile geschwebt und als sich ein Fahrzeug des Flughafens näherte, sei es plötzlich und mit hoher Geschwindigkeit abgehoben und in den Himmel geschossen. Das wurde nicht gefilmt, nur danach, als es dann im Himmel geschwebt ist. Und auf diesem Video ist es eher gemächlich und in der Luft stehend zu sehen. Zu dem Ganzen gibt es jetzt einige Updates. Am Schluss der Breaking-News habe ich nämlich eine denkbare, banale Erklärung für das Ganze vorgeschlagen, nämlich eine Umkehr der Abfolge des Bildmaterials. Soll heißen, irgendein gefilmter Ballon kommt dann langsam runter und schwebt ein wenig über den Ballon, bevor er von einem Fahrzeug des Flughafendienst eingesammelt wird. Natürlich wurde auch spekuliert, ob das Objekt vielleicht einfach per Photoshop eingefügt wurde. Gegen Photoshop sprechen mittlerweile aber einige forensische Analysen mit allen zur Verfügung stehenden möglichen Tools, die man in so einem Fall anwenden kann. Und was die Umkehr betrifft, kluge Menschen haben etwas getan, von dem ich hoffte, dass es jemand tun würde. Sie haben nämlich die Reihenfolge der auf den Bildern ebenfalls zu sehenden Flugzeugen genau analysiert und aufgrund der Bewegungen von denen festgestellt, dass die behauptete Timeline stimmt. Das Ding war also wirklich zuerst am Boden und erst dann in der Luft. Das lässt sich eindeutig aus den zu sehenden Flugzeugen ablesen. Also falls es sich um dasselbe Objekt gehandelt hat. Damit aber nicht genug ist es den Leuten ausgerechnet auf Metabank tatsächlich gelungen, aufgrund der Reihenfolge der Flugzeuge den genauen Tag und die genaue Uhrzeit des Vorfalls herauszufinden. Einfach aufgrund der Start- und Landedaten für Manchester. Es war also am 9. Juni zwischen 19.05 Uhr und 19.08 Uhr. Juni. Genau wie behauptet. Und dieses Datum passt auch genau auf die zu sehenden Wetterverhältnisse. Dadurch und auch durch auf dem Video für Sekundenbruchteile zu sehende Cockpit-Teile konnte nun auch genau festgestellt werden, von welchem Flugzeug aus die Aufnahmen gemacht wurden. Ob sich jemand nun den Piloten vorknöpft, der auch leicht festzustellen ist, oder ob sich der nun zwangsmäßig outen wird, ist die Frage. Jedenfalls ist auch hier zu hoffen, dass es Journalisten gelingt, nähere Informationen vom Tower von Manchester zu erhalten, die den Vorgang ja offenbar beobachtet und sogar eingegriffen haben. Skeptiker geben aber natürlich auch eine Erklärung für das Ganze ab, die zu den neuen Daten passt. Nach dieser These handelt es sich einfach um einen großen Ballon, der aufgrund der Luftströmungen der Jet-Triebwerke über den Flughafen gehüpft sei und schließlich durch einen Schub einer Düse in den Himmel katapultiert worden wäre. Für mich ergibt diese Erklärung allerdings aufgrund des Videos nicht viel Sinn. Von mir aus mag der Ballon, wenn es denn ein Ballon war, in die Höhe gerissen worden sei. Aber wieso steht er dann stationär hoch oben in der Luft ist? Bei einer derart starken Windgeschwindigkeit. Und diese Windgeschwindigkeit ist aus den Betadaten des Tages ja bekannt. Auf einem anderen YouTube-Kanal, Link in der Beschreibung, der sich mit solchen Ereignissen beschäftigt und vor allem mit Flugkapitänen zusammenarbeitet, wurde auch darauf hingewiesen, dass wenn es ein Ballon gewesen wäre, der schon vorher über das Rollfeld hätte treiben müssen und gar nicht so lange an einer Stelle geblieben sein könnte. Übrigens habe ich diesen Vorfall als Breaking News hochgeladen und beschäftige mich immer noch so genau damit, weil der Vorfall im Gegensatz zu den meisten Sichtungen und Videos im vorigen Teil nicht einfach nur irgendein Video von irgendwem irgendwann irgendwo mit irgendwelchen Lichtpunkten in der Nacht ist. Es handelt sich um eine Tagesaufnahme aus mehreren Perspektiven inklusive einem Video an einem klar definierten Ort zu einer klar definierten Zeit. Fast alles daran lässt sich gut nachvollziehen und auch überprüfen. Natürlich ist das noch lange kein Beweis für irgendwas, aber es sind genug Details vorhanden, um das Ganze früher oder später beweisbar zu machen. Und ich hoffe sehr, dass das in der nächsten Zeit noch passieren wird. Ich bleibe jedenfalls dran. In der letzten Folge der Wochenschau habe ich bereits über seltsame Briefe und eigenartige Fotos berichtet, die ein unbekannter Whistleblower angeblich an den Betreiber des UFO-YouTube-Kanals Strange Mysteries geschickt hat. Bei den geleakten Fotos handelt es sich um mehrere Infrarotaufnahmen mehrerer unbekannter Flugobjekte, die angeblich aus einem Geheimprogramm des Pentagon stammen, vermutlich Immaculate Constellation. Man sieht darauf bekannte und nicht so bekannte Formen unbekannter an normaler Phänomene. Inzwischen gab es auf dem Kanal mehrere Updates. Der Kanalbetreiber, der übrigens originellerweise kein besonders tiefes Wissen über den aktuellen Stand der Ufologie zu haben scheint, so erwähnte er einmal, dass er nicht weiß, was ein Legacy-Programm ist oder wer Jeremy Corbell sei. Jedenfalls blieb der mit dem Whistleblower in Kontakt und es gab weitere Briefe. In der letzten Folge dieser Updates ging nun der Whistleblower, vermutlich selbst Mitarbeiter eines dieser Programme, nun auf eine Vielzahl von Fragen ein, die ihm von Diskutanten auf diesen Plattformen gestellt wurden. Die Antworten kann man glauben oder nicht, sie passen aber in das Gesamtbild, das bisher bereits besteht und das genauso zum Beispiel auch vom Bürgerrechtsanwalt und UFO-Aktivisten Daniel Schieren vermittelt wird. Kurz gesagt, es gibt angeblich nichtmenschliche Intelligenzen, die die Erde besuchen. Es handelt sich um verschiedene Fraktionen, die einander teilweise sogar feindlich gesinnt sind. Es besteht keine direkte Bedrohung durch die Aliens, aber aufgrund ihrer Kapazitäten auf jeden Fall eine potenzielle. Sie sind der aktuell höchsten Geheimtechnik der USA immer noch um mehrere hundert Jahre voraus. Und niemand weiß, mit wem man es genau zu tun hat. Zu diesen Aussagen gab es weitere Bilder verschiedener Objekte, die laut dem Whistleblower zum Teil auch unterschiedliche Funktionen haben. So wären die Orbs in erster Linie für Aufklärung zuständig, während die mir zuvor nicht bekannten kreuzförmigen Objekte eher die Funktion von Abfangjäger hätten. Außerdem waren die Antworten mit militärischen Fachbegriffen und technischen Details gespickt, die zumindest ein tiefes Wissen dieser Person nahelegen. Zweifellos viele faszinierende Aussagen, die sich natürlich nicht belegen lassen. Sollte sich die Sache jedoch noch weiterentwickeln und verdichten und damit die Person legitimieren, gehe ich wahrscheinlich noch auf alle Aussagen von ihm genauer ein, als in einem anderen Video. Jedenfalls gab es in den weiteren Videos auf dem Kanal auch weitere Fotos. In der zweiten Lieferung konnte man unter anderem normale optische Bilder von Objekten sehen, die man teilweise zuvor schon als Infrarotaufnahme gesehen hat. Und wenn sie nicht gefälscht sind, sind das erstaunlich klare Bilder fremder Objekte. Und in der letzten Lieferung kamen unter anderem sogar noch zwei Farbfotos hinzu. Die würden den Beschreibungen entsprechen, wie sie etwa Louis Lissando und andere immer wieder abgeben, nämlich Bilder, die so klar sind, wie man es sich nur wünschen kann und die keinen Zweifel offen lassen. Also wenn man alle Details rundherum kennt, inklusive wer die Aufnahmen, wo, unter welchen Umständen gemacht hat. Und gerade alle diese Details sind in den geleakten Fotos natürlich aus den Bildern entfernt worden. Ob und was wirklich dran ist, lässt sich daher nicht sagen. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich da ja noch etwas. Wir werden die Sache jedenfalls weiter beobachten. Über die ersten Erkenntnisse und sozusagen Leaks aus der zweiten Konferenz der Soul Foundation habe ich ja bereits in der letzten Folge der UFO-TV News berichtet. Sehr viel mehr ist in der Zwischenzeit auch nicht bekannt geworden, aber generell scheint es eine beeindruckende Veranstaltung gewesen zu sein. Vor allem deshalb, weil von praktisch allen Anwesenden die Konsensmeinungen geteilt wird, dass das Phänomen real ist und man die Menschheit auf die zukünftige Enthüllung vorbereiten müsse. Eine sehr gute und genaue deutschsprachige Analyse findet sich auf dem Kanal exomagazin.tv, wo Robert Fleischer und der Politikwissenschaftler Christian Peters über ihre persönlichen Eindrücke vor Ort sprechen. Beide waren nämlich bei der Konferenz und haben alle Veranstaltungen besucht. Ich verlinke dieses Video und werde es damit aber vorerst mit der Berichterstattung belassen. Erst wenn dann alle Vorträge online sind und ich sie mir angesehen habe, werde ich dann allerdings sicher eine große und eigene Analyse dazu machen. Spannend in dem Video auf exomagazin.tv war jedenfalls eine Aussage von Peters, die sich nicht auf einen der Vorträge bezog. Sie stammt aus einem privaten Gespräch mit dem Piloten Ryan Graves, einem der sogenannten Whistleblower vor dem Kongress-Hearing des Vorjahres und der Gründer von Americans for Safe Aerospace. Peters fragte Graves nämlich, wie viele Piloten militärisch und kommerziell seiner Schätzung nach wohl schon einmal oder öfters Dinge gesehen haben, die in keine bekannte Kategorie fallen und die sich nicht erklären lassen. Graves überlegte und meinte dann, 50 Prozent. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt nämlich, dass die Hälfte aller Piloten und Pilotinnen mit großer Wahrscheinlichkeit schon unbekannte Dinge gesehen haben. Und fast alle haben den Mund gehalten. Aus Angst vor Stigma, aus Angst vor Spott, aus Angst ihren Job zu verlieren oder in den Bodendienst versetzt zu werden. Und diese Angst besteht bis heute, siehe auch den Bericht über den Vorfall am Flughafen in Manchester. In der Sache bewegt sich derzeit allerdings einiges. Immer mehr Piloten äußern sich. Und sollte hier jemals der Damm brechen, können wir uns tatsächlich auf eine Flut von Berichten von höchst seriösen Beobachtern einstellen. Den Fokus auf die Vorbereitung der Menschheit auf kommende Enthüllungen hat übrigens auch Daniel Sheehan. In einem neuen, eineinhalbstündigen Gespräch auf dem eher dem Paranormalen und der Bewusstseinsforschung gewidmeten Kanal New Thinking Allowed, erzählte er noch einmal ausführlich alles über den aktuellen Stand der Dinge, insbesondere was die Gesetzgebung und die Aktivitäten in der amerikanischen Politik betrifft. Sheehan ist ein fantastischer Zeitzeuge mit tiefen Kenntnissen, die Jahrzehnte zurückreichen. Besonders der letzte Teil war spannend, wo er zu sehr Fragen beantwortete. Unter anderem bestätigte er darin, dass er wesentlich mehr Dinge auch hochbrisante weiß, als er öffentlich sagen kann, also aufgrund von Anwaltsverschwiegenheit und so. Er bestätigte auch einige Gerüchte rund um Päpste und den Vatikan. Und er bestätigte noch einmal, dass die Amerikaner und auch andere Mächte im Besitz von geborgenen Flugobjekten nichtmenschlicher Technik sind. Und auch direkten Kontakt zu nichtmenschlichen Intelligenzen zumindest gehabt haben, wenn nicht sogar aktuell noch haben. Außerdem bestätigte er die Aussagen von James Lekatsky, dass es nämlich gelungen sei, in ein Ufo vorzudringen, nämlich Lekatsky selbst. Und dass er darin nichts vorgefunden hätte, das auf einen Antrieb schließen ließ. Außerdem erzählte er, dass die Versuche von Reverse Engineering bisher nur wenig Fortschritte gebracht haben. Die Steuerung der Objekte sei nämlich für Menschen nur sehr schwer möglich, da sie telepathisch erfolgt und der Pilot und das Flugobjekt quasi eine Einheit bilden. Und dafür stünden aktuell allerdings nur sehr wenige befähigte Piloten, also menschliche, zur Verfügung. Sheehan ist nicht irgendwer. Er kämpft seit Jahrzehnten gegen das, was man eventuell den Deep State nennen könnte. Also gegen Verschleierung von dunklen Machenschaften der amerikanischen Regierungen. Er war auch daran beteiligt, von Watergate bis Iran-Contra und einiges mehr, also nicht an den Dingen der Verschleierung, sondern der Aufklärung. Er war und ist ein unbestechlicher Bürgerrechtsanwalt, der derzeit zum Beispiel die Interessen einiger Stämme amerikanischer Ureinwohner vertritt. Und außerdem ist er seit Jahrzehnten in der Aufdeckung der Machenschaften rund um Ufos verwickelt. Das heißt, auch wenn manche seiner Aussagen fantastisch klingen, sollte man ihn vielleicht doch ernst nehmen. Zuletzt möchte ich auf ein weiteres Video hinweisen, das ich am Wochenende auf diesem Kanal hochgeladen habe. Es handelt sich um ein Interview in der Reihe UAP Talk. Als Gast hatte ich Erik Unger, einen österreichischen Experiencer, der sowohl auf dem Ufo-Gebiet sehr bewandert ist, darüber sprachen wir besonders am Anfang und am Schluss, der aber insbesondere auch auf dem Bereich des Bewusstseins und des Paranormalen selbst viele Erfahrungen hatte und sein Wissen mittlerweile auch weitergibt und einsetzt. Für den Kanal war das Interview natürlich ein bisschen ein Grenzfall, worauf auch einige kritische Reaktionen in den Kommentaren verwiesen haben. Ich möchte aber sagen, dass es mittlerweile, ob es einem gefällt oder nicht, praktisch nicht mehr möglich ist, komplett zwischen den harten Tatsachen, sozusagen Schrauben und Muttern außerirdischer Raumschiffe und eben paranormalen Effekte und esoterischen Bewusstseinszuständen zu unterscheiden. Diese Vermischung wird inzwischen überall thematisiert. Auch etwa bei der Sol-Konferenz, wo Jeffrey Krippel wieder einmal intensiv auf diese untrennbare Verflechtung hingewiesen hat und wo auch erstmals eine Experiencerin mit Entführungserfahrung auf der Bühne zu Wort kam. Auch bei den Anhörungen vor dem Kongress vor ein paar Wochen und in den Aussagen von Leuten wie Sheehan oder Elizondo bis hin zu Grush wird immer wieder auf diese Verflechtung hingewiesen, die ja vor allem von Jacques Vallée seit vielen Jahren propagiert wird. Also werde auch ich auf diesem Kanal immer wieder darauf eingehen. Allerdings eher in Interviews und in Folgen von Nachspiel und weniger in den wöchentlichen Nachrichtensendungen. Wer sich diesem Thema des Hokus-Pokus gegenüber also vorerst noch skeptisch zeigt oder verweigern will, der sollte diese Videos einfach nicht anklicken oder nicht zu Ende sehen. Ich bin übrigens auch skeptisch. Aber es gilt für diesen grenzmagischen Bereich journalistisch genau dasselbe wie für UFOs allgemein. Das Thema ist da. Und es gibt keinen vernünftigen Grund, es zu ignorieren. So, das wär's für heute. Ich möchte aber noch einmal und vor allem rechtzeitig auf meinen Vortrag verweisen, der in zwei Wochen am 14. Dezember in Frankfurt stattfinden wird. Der Vortrag ist bei freiem Eintritt zu besuchen. Details dazu in der Beschreibung. Dazu noch ein Hinweis. Ich werde nur sehr wenige oder vielleicht sogar gar keine Bücher zu der Veranstaltung mitnehmen können. Wer sich also gerne dort vor Ort von mir ein Exemplar von das UFO-Handbuch unterschreiben lassen möchte, sollte es bitte vorher selbst bestellen und mitbringen. Link dazu in der Beschreibung. Die Lieferzeit beträgt in den meisten Fällen nur rund drei Tage. Aber in der Weihnachtszeit kann es natürlich zu Verzögerungen kommen. Also bitte rechtzeitig bestellen. Das gilt natürlich auch für Leute, die es sich selbst zu Weihnachten schenken wollen oder ihre Familie oder ihren Freundeskreis mit dieser Einstiegshilfe in das Thema beglücken wollen. Mit dem Erwerb eines Buches hilft ihr natürlich auch dem Bestehen und dem weiteren Ausbau dieses Kanals und der Disclosure-Bewegung. Ebenso durch eine Kanalmitgliedschaft, Superthanks, Spenden in die Kaffeekasse oder durch einen Einkauf in meinem Merchandise-Shop. Links zu all dem in der Beschreibung. Aber natürlich bleibt der Content selbst hier nach wie vor gratis. Und wer mich ohne finanziellen Beitrag unterstützen möchte, macht das am besten durch ein Like, durch einen Kommentar und durch die Weiterverbreitung dieses Videos oder des ganzen Kanals. Ihr könnt auch meine Beiträge dazu auf Twitter, Facebook, Threads oder Blue Sky teilen. In diesem Sinne immer schön nach oben schauen, vor allem in den nächsten beiden Nächten und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.